Musik Abseits der städtischen Zentren versammelt Regional Luzern 23 fünf Kulturinstitutionen auf der Luzerner Landschaft zu einer gemeinsamen Ausstellung. In dieser gemeinsamen Ausstellung werden 44 künstlerische Positionen gezeigt, davon zwölf im Museum St. Urbanhof. Musik Andrea Fortmann bringt uns mit Arrangements elf Objekte mit. Diese Objekte beruhen auf einer Weiterentwicklung einer bestehenden Arbeit, die sie letztes Jahr für den Offspace kein Raum konzipiert hat. Ursprünglich habe ich eine Berufsausbildung als Pflegefachperson gemacht und habe darauf in verschiedenen Bereichen gearbeitet, ambulant und in der Spitex. Dabei habe ich gemerkt, dass mich vor allem eigentlich das Zwischenmenschliche interessiert und der Körper, an dem sich das Ganze eigentlich abspielt, also in der Betreuung und in der Pflege natürlich. Und ich habe dann nach einem Vorkurs, also einem künstlerischen Propedeutikum in Bern, habe ich in Luzern dann den Bachelor in Bildender Kunst gemacht. Ich habe während dem Studium viel performativ gearbeitet und habe das in Video aufgezeichnet. Dabei wurde das Medium Video und vor allem diese Sicht durch den festgemachten, durch das Frame wurde dabei für mich sehr wichtig und habe mit Videoskulpturen und performativen Arbeiten an verschiedenen Orten während dem Studium aussteigen können und arbeite jetzt als freischaffende Künstlerin mit Ausstellungen an verschiedenen Orten. Auf diese Objekte hier bin ich gekommen durch eine Ausstellung, bei der ich eingeladen war. Das war für den Keinraum, ein Offspace in Luzern, also an der Fassade vom Neubad. Und diese Struktur des Ziegels habe ich übernommen und habe mit dieser begonnen, an diesen Ausdifferenzierungen von Ziegeln oder von Grundbausteinen zu arbeiten. Die Arbeit Arrangement, wie sie jetzt hier gezeigt wird, also sie besteht aus diesen drei Materialien, das ist Gips, Schaumstoff und gebogenes Plexiglas. Und das wurde vom Team vom Museum St. Urbanhof angebracht. Und dann gefällt mir das sehr stark, wenn ich sehe, dass dahinter ein Teil des Verputzes abgeblättert ist. Und das für mich sehr stark korrespondiert mit dem Objekt selbst, bei dem ebenfalls der Schaumstoff, welcher eigentlich eben in den Gips gegossen wird, so hinausgezogen wird und sich das so aufeinander bezieht. Das Dramaturgische des Objekts selbst sind für mich spannende Momente in der Ausstellung. Das Dramaturgische Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020